Fünf Jahre YouTube. In diesen fünf Jahren habe ich vieles neu kennengelernt und viele Erfahrungen sammeln können. Viele neue Freunde habe ich kennengelernt, aber auch alte Freunde verabschiedet. Ich nehme euch heute auf eine Reise mit, wie ich mich in den Jahren verändert habe. Leider kann ich euch nur die Videos ab 2017 zeigen, da damals jemand 2016 meine Videos gelöscht hat. Aber ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem kleinen Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 passiert mit meinem Kanal. Natürlich werde ich weitermachen. Die letzten Monate kamen halt sehr wenige Videos wegen Corona, weil ich einfach die Motivation nicht hatte und nicht wusste, was ich filmen sollte. Aber jetzt werden wieder mehr Videos kommen. Ich verspreche es euch. Ich habe schon einiges geplant. Ich hoffe, dass ich das auch dann sehr gut umsetzen werde. Und ich habe einfach auch durch dieses Video gesehen, dass die Bühne mein Zuhause ist und dass ich gerne mehr darauf machen möchte. Was es noch sein wird oder ob es klappt, kann ich euch noch nicht sagen. Aber ich werde eine Menge üben. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Video einen Daumen nach oben gebt und mich auch vielleicht abonniert. Und das war's mit dem Video. Sayonara, Mina!